Cinema Server ist die Netzwerkmanagement- und Diagnose-Software von Siemens. Die Version V14 bietet viele neue Möglichkeiten für noch mehr Effizienz und höchste Transparenz in industriellen Netzwerken. Und zwar übergreifend für alle Branchen, egal ob Automobil, Prozessindustrie oder Food & Beverage. In der V14 ist die topologische Darstellung des Netzwerkes optimiert. Der Anwender hat die gesamte Topologie mit zwei Modi zentral in einer Darstellung. Damit hat man einen umfassenden Überblick über das gesamte Netzwerk, und zwar ganz ohne Server-Runtime-Installation. Für Überwachung und Diagnose werden die standardisierten Monitoring-Mechanismen SNMP und BOFINET verwendet. Zusätzlich bietet Cinema Server die detaillierte Diagnose von Smartic S7300 und 400-Systemen. Die neue Version unterstützt auch Network Address Translation, also NAT. Deshalb können auch mehrere Maschinen und Anlagen mit identischen IP-Adressen erfasst und auch überwacht werden. Dank Anbindung an HMI und cloudbasierte Systeme können die mit Cinema Server gesammelten Diagnosedaten des Netzwerkes nahtlos in andere Systeme integriert werden. Zum Beispiel für die Auswertung und Weiterverarbeitung in MainSphere, dem cloudbasierten IoT-Betriebssystem von Siemens. Mit Hilfe von Validierungsberichten lässt sich in einer Anlage beliebig oft überprüfen, ob die Vorgaben ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme auch weiterhin erfüllt sind. Beispielsweise, ob das Netzwerk profi-net-konform ist. Cinema Server V14 bietet außerdem ein zentrales Firmware- und Konfigurationsmanagement über CLI-Skripte. Konkret kann man zum Beispiel komfortabel Firmware-Updates und Konfigurations-Backups bei mehreren Scalings-Produkten gleichzeitig durchführen. Oder es in einem PV3 geräteübergreifend konfigurieren. Mit der automatischen Dokumentation von Cinema Server können jederzeit Listen von allen Geräten einfach exportiert werden. Und zwar online im Cinema Server oder offline als CSV-Datei. Das macht die Weiterverarbeitung besonders komfortabel. Äußerst praktisch ist auch, dass sich neue Geräte, auch von Fremdherstellern, ganz einfach ohne Software-Update in den Cinema Server einbinden lassen. Wie Sie sehen, macht die Netzwerk-Management- und Diagnose-Software Cinema Server Ihr Netzwerk transparent und Ihre Arbeit leichter und effizienter. Wir sind es auch, dass 900-E sch Beijing- reconnects an Mainz . Bevor wir noch ein Bonheur ab fees und Shouten auf dem Grundhaus. Bis zum nächsten Mal kommen. Vielen Dank.